Ja, ich will jetzt noch einen Anwalt haben, scheiße Mann. Was talkt denn hier eigentlich, fuck? Ich brauche unbedingt meinen Anwalt, fuck. Also in welcher Maßnahme befindet sich der Herr gerade, wenn ich fragen darf, Kollegen? Ja, in gar keiner, scheiße Mann. Es geht darum, ja, einfach die Ordnungswidrigkeit abzuhandeln. Genau, dementsprechend, Sie haben sowieso, also die Strafe, eine Ordnungswidrigkeit, müssen Sie so oder so begleichen. Sie können im Nachgang dagegen Widerspruch heiligen. Ja, dann bitte er auch nicht den Scheiß, ne? Ah, 539, die Buffalo, einer hat jetzt... Genau, ich weiß nicht, das müssen die Kollegen festlegen. Richtig, wir müssen erst mal feststellen, wie viel, was die dabei haben, wie groß die Menge ist. Hat die 539, somit... Okay, keine Ahnung, man, was ihr will sagen, ihr seid doch so heller Profis, Mann. Genau, deswegen wollten wir das von Ihnen abnehmen, das wollten Sie uns nicht geben. Ja, okay. Genau, geben Sie das einfach der Kollegin... Klar, ich gebe euch das, was ich dabei habe, kein Problem, Mann. Was die... wenn das unter der Freimenge ist, bekommen Sie das wieder zurück. Genauso, wenn es über der Freimenge ist, bekommen Sie quasi die Freimenge wieder zurück. Ja, 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 klar, Mann, klar. Ja, wait, wait, wait. Dann dürft ihr das einmal der Kollegin gerne geben, die hat ja schon die Tüte parat. Ja, okay, dann gebe ich das der Kollegin, Mann. Oh, hier, take this. Bitch. Aber ganz schnell auf den Boden, aber ganz schnell. Gut, Kollege, ran, einmal festsetzen. Ach, scheiße, weißt du, wie weh, der scheiß eigentlich tot, Mann? Fragen Sie mal meine Kollegin. Hey, shut the fuck up, Mann, scheiße.